Ja, ich hab loll gesagt. Hallo. Hey, was sagst du, ist nur Spaß? Was? Was sagst du, ist nur Spaß? Hey, Junge, du wirst sehen. Das war nicht nur Spaß, was ich gesagt hab. Ähä. Nichts, ähä. Ja. Nie. Nie, nie, nie. Hey, halt dein Mund, okay? Nie, 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 nie. Hey, du nervst mich. Nerv ich dich? Warum du hast so angerufen? Was? Na und, wenn du sagst, war nur Spaß. Was Spaß? Ja, hey. Wenn du sagst, ist nur Spaß, was ich eben gesagt hab. Wenn dir das nicht reicht, du bist sehen. Hab ich doch gar nicht gesagt. Hä? Hab ich doch gar nicht gesagt. Doch, Mann, ich hab's doch gehört. Wie hast du das denn gehört? Von meinem Bruder. Wieso von deinem Bruder? Findet euch doch zu, Mann, da findet ihr euch cool. Findet mein Bruder mich cool? Euch alle, Mann. Euch alle Bastarde. Findet ihr cool? Ja. Geil, danke. Ich doch nicht, Mann. Ihr seid Hurensöhne. Komm. Ey. Hast du Langeweile? Was Langeweile? Denkst du, ich mach's Spaß oder so? Ja, glaub ich. Nix, Mann. Ich bin ja fertig, Mann, für die... Ich glaub, ich glaub, du alleine hast gar keine Chance mit deinen 17 Jahren gegen mir. Ich glaub, ich würd dir so die Fresse reinhauen. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Du wirst... Verstehst du? Guck mal, weißt du warum? Weil du, du bellst gerade wie so ein Hund, weißt du das? Mit deiner 2-2-1-Crew, Haxor-Crew, Alter. Mit deiner West Coast Brooklyn, Haarlem 2-2-1-Crew, Alter. Ohne Scheiß, Digga. Du solltest erstmal in die Moschee gehen, ein bisschen deine Sünden ausbeten, mein Freund. Mit 17 Jahren, ehrlich, da kann man nicht so reden, wie du gerade redest. Pass mal auf. Jetzt mal ganz ehrlich, okay? Wir werden jetzt mal hier... Hä? Ja. Guck mal, mit deinen 17 Jahren kannst du gar nichts machen. Du kommst dann gleich mit deinen ganzen Kindergarten. Mit deinen ganzen Kindergarten wirst du dann da antanzen und wirst sagen, hey, wir wollen den Hubs draußen sehen. Verstehst du? Dann komm ich raus und dann kommt ihr alle an, so. Einer hängt sich an mein Bein, der andere an den Arm und so. Kenn ich doch. Na ja, Scheiß kennst du. Doch, kenn ich, Digga. Und Heidelberg Hauptstraße, weiß nicht, hab ich noch nie gehört, dass es irgendwo in der Großstadt eine Hauptstraße gibt. Komm doch her. Weißt du was? In Dörfern gibt's Hauptstraßen, die einmal durchführt und dann Feierabend. Hä? Was? Was? Was hast du gerade eben gesagt? Ich hab gesagt, bla bla blub. Bla bla blub, Mann, ich schick dich. Ja. Gut. Ey, komm mal, Mann. Was? Frag allen Leuten, die euch zuhören. Ja. Ey, sag denen. Ja. 221, das kannst du heiß Musik-Team ficken. Ey, kennst du 223? Nee, Mann, das ist ja scheißegal. Oder, nee, kennst du 11, kennst du 110? Mann wird euch ficken. Kennst du 110? Tais, Leute, ich höre nix. Ey, warte mal, eine Frage jetzt, okay? Antworte mal jetzt ruhig, okay? 221, ich will das sehen. Ey. Geht zu meinem Bruder und will das sehen. Pass mal auf, hör mal zu. Kennst du? Kennst du? Jetzt frag ich dich. Kennst du 110? Nee. Ja, pass mal auf, gib mal am Telefon ein. 110 und drück mal auf Wahl. Ruf mal an. 1160, ich bin doof. Ist sogar umsonst. Nee, das ist meine Crew, Digga. Das ist meine Crew. Digga, die haben sogar Knarren in der Tasche und dürfen das, Alter. Die haben die Lizenz zum Töten, Digga. Die haben die Lizenz zum Töten. Die haben die Lizenz, euch wieder in den Kindergarten zu bringen, Alter. Zur Stunde. Echt, Junge? Ja. Du Hurensohn, halt das auf. Du bist ein verdammter Scheiß-Uhr. Ja, ja, ja. Oh, ich glaube, er mag meine Crew nicht. Hatten die wohl schon ganz schön oft Stress miteinander. Na ja. Ja, ja. Ja, ja.